ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren episode battlefield wir sind wieder im gefecht und wollen mal schauen was wir hier reißen können ich werde diesmal als sniper gehen ja letzte runde wurden wir ja niedergemäht könnte man ja so sagen und wir wurden nicht nur einfach irgendwie so ein bisschen niedergemäht man hat deutlich gemerkt dass das andere team zusammenspielt und wir haben wir tatsächlich noch ein zweites gefecht gemacht wurde dann aber nach zehn minuten auf einmal hier mein nachbar die bohrmaschine angemacht hat und dann habe ich mir gesagt lassen wir mal sie ist uns muss man jetzt eigentlich was soll man machen wo soll man hin die sporen erst mal bei dir ja das brauchen doch mal bei mir was haben wir darüber zu denen das ist einfach ausgestiegen ja damit ich das markieren kann und wie kann ich es nicht markieren wenn ich im auto sitze schon gegen die felsen wir haben hier kein airbag ja schon kurz zu sparen ja 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 da fehlt tatsächlich so ein zielkreuz oder sowas für wir haben hier aussteigen oder willst du ist das ein panzer ich fahr mal rückwärts aussteigen oder willst du weiter mit dem mg spielen ich gehe hoch und spiel mache ich den scharfschützen wir haben objektiv edward da sehen wir schon einen ich sehe sie laufen aber ich kann immer gar nicht so schnell schießen wie ich sie sehe 72 schaden habe ich gemacht irgendwie da muss einer sein irgendwie da muss einer sein gehört uns b jetzt? ne b gehört uns immer noch nicht hat sich also gut versteckt ich habe einen panzer zerstört ist ein panzer zerstört? ja gibt es hier eine treppe nach oben? wie komme ich denn hier hoch? hui rang 18 rang 18 schon alter ja 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 b haben wir scheinbar eingenommen so wie es aussieht hier schau mal schau naja eniglich womba ist auch gedauert wohnen schau experiment in Na komm, zeig dein Köpfchen. Ihr könnt mal wieder ein bisschen Munition hier brauchen. Munition? Also was Schönes hab ich nicht. Den haben wir weggerotzt, sehr schön. Da seh ich nix. Ich seh ich, du. Da ist noch was. Gut, dass ich nach Ammo schreie und dann ein Magic-Hitter mir auftaucht. Ich seh nix. Okay, A haben wir ganz schön unter Kontrolle, würde ich sagen. Ich seh nix. Was ist aktuell? Den hab ich getroffen, wunderbar. Jetzt hab ich ihn. Mein Gott, drei Schuss hab ich gebraucht, um den Scharfschützen zu töten. Da ist noch ein schöner Schuss. Wir hocken bei B, da in dem Haus drinne. Bei B in dem Haus. In dem kaputten Haus. Da in den B-Häusern. Ja, ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gehittet. Hit me, Baby, one more time. Ich kann nach B nicht so schön rüberschauen gerade. Bei A auf dem Felsen, da hinten, was ist das für ein Sniper? Ja, ja, ich seh sie leider. Einen hab ich. Bei mir war einer auf dem Dach und hat mich mit einem Knüppel erschlagen. Knüppel aus dem Sack, ja? 4 zu 1. Das ist, glaub ich, meine beste KD bisher. Ich würde tatsächlich, glaub ich, das nochmal versuchen mit dem Panzer. Wollen wir Panzer fahren? Heavy Tank? Ich lebe noch. Das stört mich nicht. Mein Problem, meinst du, ja? Ja. Warnscherz, ne? Warnscherz, ne? Warnscherz, ne? So, ich versuch noch mal, die zu markieren. Das geht mal. Ich glaube, das Problem ist, dass ich als Fahrer habe von diesem einfachen motorisierten Fahrzeug ist, dass ich da keine Waffe habe und deswegen hab ich keinen Fadenkreuz und kann deswegen nicht die Position markieren. Capturing, schade. Ich krieg Schaden von irgendwo da oben. Enemy hit. So. Wenn wir zu F, wenn wir weit reißen können. Wo war das jetzt hier? Attempt order complete. Okay. Du gehst nach F? Soll ich da hinkommen? Nee, nee. Da sitzt man oben auf dem Berg schon wieder die Sniper. Und wieder weggehen. Aber was ist so? Warum kann ich denn hier nicht wegfahren? Wegen dem blöden Ding da, oder was? Oh, Gott. Perspektivwechsel, ne? Was ist denn amnächst gelegen? Oh, ich kann mal wieder an die Panzer, die Fahrzeuge stellen. Gibt es wie noch 50 Brute? Gut, gut. Ich wechsle noch mal die Perspektive. Ich wechsle noch mal die Fahrzeuge stellen. Was hört ich jetzt in? Ach, du sitzt auch im Zug, ja? Ich bin nicht im Zug. Ich habe hier diesen großen Panzer, wo du die ganzen MG's hast. Achso, das ist ein Panzer. Das kann sein, dass du bei mir sitzt, ne? Hinten rechts auf der 6. Ja, ich bin nicht im Zug. Ja, aber ich kenne halt die Gegner markiert, bis ich von dem Wäsche sind. Ja, ich bin nicht im Zug. Ja, ich bin nicht im Zug. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht mehr verraten kann. Ja, die Hauflöcke war hier nicht, das ist echt ohne Schnappel. Die sind ja alle ausgestiegen. Hast du das mal verraten? Ne, weiß ich nicht. Dann bist du gleich weg, ne? Ja, also jetzt würde ich langsam aussteigen. Weil tatsächlich ich nicht weiß, wie man repariert. Irgendwie. Mein Layout hat manchmal Schwierigkeiten. Ich hab wieder kein Fadenkreuz oder weiß, ob ich repariere oder nicht. Also wir sind jetzt bei 265. Ja, er repariert scheinbar. Oh, ich da gerade voll daneben geschossen habe. Ich steig mal raus. Wir haben Objektiv-Charlie genommen. Bäm, tot. Okay, ähm, das war ganz nett. Bin immerhin so auf eine 5.1 KD gekommen. Ich hol mal noch einen Heavy Tank. Machen sie das. Und ich würde mit dem mal erfahren. Gucken wir mal, wie ich da durchkomme. Durch die kleine Landstraße, ne? Wo ist eigentlich unser Team? Sind wir nur zu zweit? Hattest du jetzt ein Private-Team ausgemacht? Du bist da. Ja, wieder. Ja. Ich hatte aber eigentlich kein privates Spiel, äh, Squad aufgemacht. Was hast du? Habe ich? Hm. Wie ich nicht gewann privat. Ich sitze im Panzer und wir haben noch Platz frei. Ich sitze aus, ja. Drei Plätze haben wir frei. Kannst du noch dazu kommen, wenn du möchtest? Ich bin der Panzerfeuerung. Äh, 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 äh. Bei F. Nee. Ich bin der Heavy Tank bei F. Okay, dann sitzt du im anderen Panzer. Ich sitze hier mit Tomo und Emilio Bang. Okay. Bist du, bin ich denn jetzt ausgestiegen? Hahaha. Einer Siskel. Ich bin bei dir. Du bist bei mir. Ja, na gut. Dann drehe ich jetzt hier wieder rein. Ah, Gott. Ich hab wieder nichts, äh... Kein Fadenkreuz, ne? Es ist... Ich weiß nicht, wo ich hinschieße. Eigenartig. Explosive destroyed. Gut. Immerhin das können, ne? Wir verlieren Objektiv Chani. Losing Objektiv Chani. Ist das? Das glaube ich nicht. Komm mal aus dem Feuer raus. Versuch mal zu reparieren. Läuft gut. Ja, hier ist ein Panzer. Was schon, wenn du hochschießen könntest. Ich glaube, er will noch mal. Der trifft nämlich nicht gut. So. Sind gleich wieder voll. Halten wir C gerade, oder nicht? Ja, passiert nichts. Halten. Na gut. Ich fahr mal ein bisschen weiter, ne? Ich fahr mal ein bisschen weiter. Du bist noch vier. Wir verlieren Objektiv Chani. Wir verlieren Objektiv Chani. Wir verlieren Objektiv. Wir verlieren Objektiv Chani. Au. Oh. Von was wurden wir Anti-Tank-Granade? Die ganze Zeit wurden wir nur von Granaten beschmissen, oder was? Ja. Okay. 13-3. Verstehe. So macht man das also. 4 zu 7. Ja. Tschüss. So, dann nehme ich mir mal mein Assault, gehe mal bei F rein, gucken, was da los ist. Dann komm ich doch mal mit, wa? Was ist Footpower hier? Footpower. Zack, zack. Nö, nö, nö. Tadadam. Tadam. Hm. F gehört uns. Ich würde mich hier mal auskussieren. Ah, da muss aber ein Gegner. Nein, ja. Ah, ich glaube auch. Äh, ich guck mal grad auf die Karte. Was macht denn Sinn? D würde eigentlich Sinn machen, ne? Machen wir die Karte wieder aus. Oh, oh, ja. Hier. Oh, oh, hier. Da. Ich bin tot. Der ist da mitten in F in den, äh, Sandsäcken. Äh, wo bist du? Du bist da. Dann komme ich mal zu dir. Als Medic. Ja, schmeiß mal ein Pack. Squat-Healing. Vielen Dank, wo bist du? So, halb links vor dir. Ich weiß nicht genau. Ach da. Ich sehe dich. Fahren, laufen. Fliegen, hüpfen. Da. Reload. Oh. Ganz oben auf dem Felsen ist ein Sniper. Zwei sogar. Bei elf. Ja. Hm. Ja, da kann ich auch als Medic gerade nicht so viel tun, wenn mich die Sniper... Na, ich sitze gerade wieder im Fahrzeug. Soll ich selber noch mal eine Runde Sniper spielen? Das konnte ich ja, glaube ich, ganz gut. Gehen wir mal vom Startplatz an. Also, ich glaube, Sniper-Klasse liegt mir in dem Spiel hier tatsächlich besser. Ja, weil man nicht groß vorhalten muss. Na, doch ein bisschen drüber halten muss man schon. Ja, ein bisschen. Cycle Serum, Distance of V. Was ist das denn? Aha. 150 Meter. Ach so. Und ich kann... Irgendwie... Scheinbar noch mal sagen... Legt die Waffe hin. Das finde ich interessant. Wusste ich nicht. Bei was jetzt? Wenn es Sniper oder das? Steady Scope. Was ist denn Steady Scope? Äh, Scope. Welche Taste ist denn das? Die Nachricht geht so schnell weg, dass ich nicht sehen kann, äh... Was eigentlich steht. Shift. Wir haben das Objektiv, Freddy. Wir haben das Objektiv verloren. Hm. Wenn ich irgendwas sehen würde. Enemy Hit. Gibt gerade irgendwie einen Sandsturm hier. Panzer bei F. Dann hinter dir. Okay. Oben sehe ich ausnahmsweise mal nichts. Das ist gut, dass ich dann... Das ist eigentlich diese Brücke, oder? Das... Der Ziegste. Dass du darüber gehen kannst. Hm. Also das ist übrigens auch von uns. Oben. Wurde F haben wir zurückgeobert. Ja. Gehen wir nach C, oder willst du noch halb rechts nach D? Ja, bin gerade auf D. Okay. Oh, ein Sniper. Oh, ein Sniper. Oh, ein Sniper. Ich hab's überlebt. Hit für 80 Punkte. Oh Gott. Jetzt hab ich ihn. Oh, ein Sniper erschossen. Kommt was sonst. Ja, das ist immer das Gleiche. Ja, ja, ja. Headshot. Na komm, lad doch mal nach. Gucken wir doch mal, dass wir uns hier hinliegen. Vielleicht bringt das irgendwas. Oh Gott. Ach ja, an den Vorrennen, da sind... Da sind ja schon wirklich Sniperdinger um die Ohren. Ja. Ist nicht viel zu sehen, Nara. Aber ich hab so einen Sniper einmal getroffen. Wir verlieren den Sniperdinger. Ich geh mal und versuch mal bei D rein zu gehen. Oh, Panzer, toll. Ja, ja, hier ist grad die Hölle los. Ja, ihr merkt... Wir ziehen uns nicht grad alle bei A, oder? Ja, ich geh mal bei F nochmal rein. Ja, klar. Und arbeite mich von da nochmal Richtung C vor, würde ich sagen. Top für den Objektiv. Probieren wir mal uns zurück. Dass dieses blöde Anti-Tankgeschütz da immer noch steht. Ich hab dich gerecht. Danke. Kannst du mich auch reviven? Nee, ne? Oh Gott. Okay, dann geh ich bei F nochmal als Medic rein. Dann bleib ich hinter dir, weißt du so? Ja, das sind gleich zwei, kannst du... Eieieiei. Ich versuch mich zu beeilen. Und dir Unterstützung zu geben. Wo bist du? Hinter dir. Das war zwiebelgabisch. Ah, naja, toll. Da waren aber noch zwei. Ja, ja. Uiuiuiui. Okay, die holen sich wieder... Die holen sich wieder F. Müssen wir mal als G mit... Komm zu dir mit dem MG. Wir haben nicht aufgelistet. Wir haben nicht aufgelistet. gerade von oben keine chance naja ich stelle mich jetzt auch nicht gerade an wie der beste immer noch bei dir bei dir darf ich nicht mehr 18 9 ich bin immer noch der beste warum auch immer schieter hektar hektar heimboot so ein bisschen nicht sterben nicht der victory okay muss flag und flag defense ja also verteidigen scheint hier wichtig zu sein so high score bin ich nicht dabei squad contributor bin ich auch nicht dabei wie kann das sein dass ich im scoreboard auf platz eins bin und hier vorne nirgendwo bin das ist ja sehr schade mittagessen ja 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 ich bin der speed scorer du bist der speed scorer steht jedenfalls unter dem squad ich guck gleich mal was bin ich denn jetzt eigentlich noch mal 90 kriegsanleihen und ich hab ja 14 hier auf einmal und 14 halb sehr schön und im squad du bist der speed scorer und ich bin der supporter oder wie soll ich das verstehen support unit weil du mein medipack geschmissen hast ja wahrscheinlich irgendwie sowas gut dann soll es das erst mal gewesen sein wieder für diese episode und wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn es wieder hoch ist hatit hat also bis dahinter